So, da sind wir zurück, äh, meine Stimme ist einigermaßen wieder in Ordnung nach einer Flasche Hustensaft, die jetzt komplett leer ist. Ich spiel diesmal... Wir haben die Ausnahme komplett abbestimmt. Ja, ich spiel diesmal Ken Mitte, wir sind fünfmal Premade, Maurofurtz ist dabei mit Blitzcrank. Servus. Baylife mit Fiddlesticks. Jo. Charlie Sheen und Serratol. Aber nicht im TeamSpeak, ja. Ja, Alter, ich hab wirklich schon eine ganze Flasche Dings gesoffen, ne. Vielleicht hängt er da irgendwie um Stuhl wie auf Acid. Ich will mal wissen, was da zum Beispiel jetzt mal Gronkh macht, wenn der so eine Erkältung hat, Mann. Der erkältet sich nicht. Invades, invades. Alter. Hör mal, was Charlie Sheen geschrieben hat. Die Erkältung hat sich nicht mehr von deinem Kanal. Der Erkältung hat sich nicht mehr von deinem Kanal. Willkommen zu der Samurai-Rade. Hallo? 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 Ich spiel meinen Rabe. Ne, mein Hund. Dein Hund? Ja. Der braucht den coolen Skin. Oha. 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 Lauf. Die haben dich, die haben dich. Soll ich mal so random drüber grabben? Ja, du gehst jetzt da hin und du grabst drüber. Schneller! Die Kugel ist weg. Also, warte. Wir gehen weiter, wir gehen weiter, 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 weiter. Blitz, kurz, weiter. Das Imperium muss auseinanderfassen. Wenn du einen Ball siehst, grab einfach ums. Das Imperium muss auseinanderfassen. Ich spiel auf. Ja, der ist weg, Alter. Was tun wir? Ey, wait, nee. Umlaufen. Soll ich jetzt mal so hier immer grabben? So hoch an den Tower? Nein, lass. Wir sind weg. Wir gehen jetzt gerade alle weg. So. Ich habe neue Runen. Magic Resist, Magic Penetration und Ability Power. Und ich will mir noch Ability Power Peville holen. Es dauert aber noch. Ich brauche schon ein bisschen Money. Aber jetzt sind wir mit Flat-RP auf der Lane. Ist das nicht schön. Oh, gegen Rengar. Das war freut mich sehr. Kein Rengar-Jungle. Der kann dich doch nicht abbrechen, ne? Ja, 1-Shotten. Ja, äh, skill dein Leben, sein 10-Huron-Gulissen. Naja, mach ich dann. Kein Problem. So, ich sollte mal kurz was ausmachen. Mach ich das mal aus, so. Oh, Standbild. Standbild. Altert! Tarek als Support für Corki ist schon strong, ne? Tarek ist sowieso ein starker Support. Endlich wie ein Nasenbär. Was für ein Scheiß. Ich weiß nicht, was ein Nasenbär ist. Du bist ein Nasenbär. Nein. Oh, wohl. Early Gank, Early Gank. Täglich gewusstes Mobilteam. Jungs, bei uns der Early Gank, ne? Ich merke schon, wenn ich jetzt ein bisschen wieder mehr rede. Ich kackt wieder meine Stimmen voll ab. Oh, Tarek, das war richtig. Ich bin ein Stimmen. Ich bin ein Stimmen. Ich bin ein Stimmen. Ich bin ein Stimmen. Und es ist ein Stimmen. Und es ist ein Stimmen. Ja ... finde ich auch Neninenininenini... Spider-Man! Spider-Man.... Peter an derusch Weihnachten! Spider-Lawn said that... Alter, der Korki geht mir grad so auf die Nüsse. Charles, das war sehr nice. Wir haben immer noch einraphen. گackt seinen Gank jetzt auch voll Fehler, Oh, mein Flash war grad ein bisschen... Ein bisschen Waste. Hast du ein Flash gemacht? Aus Versehen. Aber du kannst... Ich wollte eigentlich... Kann. Wieso tust du sowas? Der muss aber weg. Ich hab da keinen Bock irgendwas zu grabben, Alter. Ich hab das Gefühl sogar noch, dass wir dann failen. Wenn ihr angreifen wollt, müsst ihr immer... immer... Viermal euren Auto-Attack aufladen. Dass der nächste eine Aufladung auf den Gegner macht. Einmal? Hä? Nein. Achso, den Auto-Attack, ja, nee. Aber beim vierten Mal... Beim... Drei Kugeln brauchst du, um zu stunnen. Ja, ja, das ist... Mist, Renga. Ich bin auch eben weg. Jep, amazing grab. Du musst aufpassen, Oriana ist strong. Du musst aufpassen, Oriana ist strong. Lalalalalalalala... Lalalalalala... Spiderman... Oh, sie haben gewordet. Wie süß. Die gehen und fokussen direkt mich. Also das ist amazing, Alter. Ist ja gut, wenn die dich fokussen. Ich weiß ja nicht, was dein Problem ist. Na egal, jetzt gehen wir zurück. Wofür war der Film? Frag mich nicht. Ah, da war Nock, hat er gesagt. Er fand's bestimmt nur cool, weil es blinkt. Hehe, ich find's cool, weil es blinkt. Ich hasse Oriana lalalalalalalalalala... Warte nur darauf, dass da gleich ein Stun rausfliegt, ey. Warte nur darauf, dass da gleich ein Stun rausfliegt, ey. Haha, 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 haha. Ja komm, Corki, Alter. Was soll der Geiz? Lass dich grabben. Ah, da torscht mich, wo wäre er noch? Stammelkill! Lol, locker, noob, geheim. Aber alles ließ hin, hab ich gesehen. Nein. Das waren wir. Zusammen. Ich wuchtel. Soll ich in der Mitte Party machen? Eine dicke fette Party? Oder wäre er voll für, ne? Machst du heute Party? Ja, ich mach heute Party. Machst du heute Party? Natürlich machst du Party. Einfach probieren. Okay, einfach probieren. Sie sieht mich aber egal. Das ist ja... 100% Killkrieg. Ha! Arschloch. Hast du den gesehen, Alter? Ich hab meine W gemacht und Corkly direkt weil Kyure. Was ein Noob. 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 Julian. Was denn? Wo hat Watt gewartet? Der hat überhaupt nicht gewartet. Nicht dass ich wüsste. Ja, dann solltest du... Keine Ahnung. Ja, der hat keine Warts mehr. Also... I don't know. Da können wir erstmal Tarek down machen. Ja, doch warum Tarek, wenn ihr... Äh, hier, hier. Wir gehen ins Kirchen. Ne? Komm, geht auf. Auf Tarek. Tarek? Ja, Alter. Du bist ja wieder viel zu langsam. Kann man nix machen. Den Blitzcrank, Alter. Was erwartest du? Mit deiner weh, dass du ziemlich schnell bist. Nö. Ich hab doch gesagt, ich komme. Jetzt ist Oriana hier. Ja, ich weiß. Ja, dann musst du auch deinen Arsch nach vorne bewegen. Weil da war noch nur... Ja, dann riechen die das aber. Nocturne war noch da, hat mich gesehen. Alter, ich krieg hier keinen gegrabt, Alter. Das ist behindert. Ich glaub, die haben den Busch gewordelt, Alter. Naja, Alter. Ey, das gibt's nicht, ne? Oh mein Gott, weißt du? Zweimal kommen zwei Noobs gangen und kriegen ne Kölz. Was? Wie kannst du deine eigene Lane ganken? Glaub ich, hä? Zieh von Mogofort. Ja, du musst nicht sehen, deine Kugel... Oh, Alter. Äh. Das glaub ich jetzt nicht. Ihr kennt doch dieses Bild von Fizzle. Die sind dann einfach voller Nebenhaut. So ungefähr sah das jetzt aus mit der Kuh. So ungefähr sah das jetzt aus mit der Kuh. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Pass auf. Der kommt. Der Ringer weiß nicht was er tut. Der rennt. Der kommt in die Mitte wahrscheinlich. Mit seinen Dorans Blade. Welche Level ist der? Level 7. Nocturne Bot. Oh, ja. Müsstest du eigentlich sowas für ein Daumen hochs, ne? Oh. Er hat einen Dorans Blade nicht mehr. Oh, da ist er. Er hat ein Spiel. Lol, ja. Keh den von uns weg, gell. Save him just in time. Ja, fokust mich, fokust. Kommt dann! Oh mein Gott! Ey, weißt du? Der krieg ich nicht meine Sins. Sie sind zu intelligent, um dass ich so einen Power reingraben kann. Schrei dich rum. Sonst schrei ich schon rum. Ich darf nicht schnell. Lenk ihn in der Mitte ab. Ich mach wieder die Party Party. Nocturne. Immer noch dort in dem Ding. Kann ich nicht garantieren. Nein. Jetzt weg. Aber ich dominiere eh gegen die. Ich hab mehr Farmen. Ich hab mehr Farmen. Zwar nicht so krass, aber... Aber gegen einen Ovianna schon, um Farmen zu führen, ist schon... Also schon was. So. Ja, es ist S2, ne? Also beide weg. Wie die Behinderung. Double kill! Ich komme. Heiß ja okay. Entspannlich. 7-0. Lass uns zu schmecken. Triple! Da war meine W. Die war noch an. Die kann man auch unterbrechen, glaube ich. Heute nicht. Halt zum Maul. Halt zum Maul. Es wird doch wieder so'n krasser Surrender, man. Halt zum Maul. Ja, also wie du... Ja, also Ranga... Ich weiß nicht was der macht. Es ist nur, weißt ja, ich will euch was zeigen, aber nein, bei A-Lift kriegt er alle Kills. Von 9 Kills, weißt ja? Der einfach 8. Halt zum Maul. Ja, du hast 0-0-3. Du machst ja irgendwas verkehrt. Nee, es ist alles nur hier. Lee kommt Mitte. Killsteal. Ey komm, wir machen und dragon einfach jetzt, ne? Ja, zwar kein Killsteal, aber... Hier! Noch got'n bot. Ja, let's go. Auch wenn's nur der Spastil ist, Alter. Kill is Kill. Nein, Uriana war da! Ey, 5 Assists, man! 5! Ist das der Normal, Alter? Maloput, renn zu mir! Krieg ich langsam zu viel. Gucken wie der Ranga da gehen wird. Er regelt einfach gar nicht. Ey, 5 Assists, ist das denn möglich? Ihr seid echt solche Wichser. Ich kann dafür nichts, ich hab keine Kills gestealt. Ja, ich weiß. Aber ich hab so das Gefühl, dass ich das gleich werde. Aha. Wie, weißt du, immer wenn ich Kennen spiele, auch im Adi Kennen Video, ja? So ein Michel mit Jenna auf der Bot Lane. Er killt mir einfach Double Steel. Also Double Kill, weißt du? Double Steel. Double Kill Steel. Und dann noch ein Typ. Nicht Double Steel Kill. Nein. Gucken wir mal, ich warte mal hier. Alter, dass die echt zu viert auf uns drauf mussten, um drei von uns zu stoppen, ist echt schon... Verdammt crazy, ey. Irgendwer ist echt schwer, ey. Ja, cool. Ich bin echt schwer. Ja komm, jetzt lass mal Dragon machen, ey. Nö, kein Bock. Top Lane! Ob die Erkannten den Kill holen. Ah, ja. Komm, wir gehen Top Lane. Mistig. Wir hätten das hier irgendwo im Jungle Build in Red oder so machen. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ja, nein, nein! Ja, wo ist der Drängerman? Da will man mal so nen Noob killen, weißt du? Und jetzt gleich, wenn er auftritt ist... Ja, SS Oriana, ne? Kann gut sein, dass die jetzt auf dem Weg zu dir hoch ist, ne? Ah, ne, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Komm, wir machen die put. Ja, warte. Mein Grab sitzt, Alter. Dann los. Ja, hätt's auch grappen müssen, ne? Ja, Alter, nein. Na klar. Nein. Ja, jetzt ist die weg. Nee, sag bloß, deswegen solltest du ja auch grappen. Ja, du warst zu weit weg. Nein, ich wär sofort mit meiner E da gewesen. Ja, ja, ja. Ja, Kind hat keine E, ne? Nee. Das ist passiv. Hm, genau. Ja, Nock will jetzt hier unten botlen. Meist du, die haben gewordet, ey? Ja, bestimmt. Musti. Ja, Toll soll einfach jetzt nur Farmen, ey. Stumm, Farmen. Was wird das denn? Wolltet ihr mir hier zwei Kümmern allein? Ein Clown. Ja, die sind doch zu uns gekommen. Komm, wir haben uns Korki oder Orianna. Ja, grab. Nein, das ist Tarek. Und Dingens. Weg. Wenn's geht. Wenn's geht. Wenn's geht. War ich schon down. Ich krieg nur Killsteal, weißt du? So, jetzt hab ich noch Leben. Sex Assister. Okay. Du Port kennen. Ja, sieht's aus. Naja. Man hat gesehen, Orianna hat keine Chance. Ihr seht mein Bild. So weit ist ja alles okay. Bis jetzt. Komm ich helf dir, ich stele auch keinen Kill Jetzt bleibt mir die ganze Lane abgemümmt Boah ich tank ja Power, ups Pass auf, die kommt jetzt gleich hier rein, aber da trapp ich die voll Hm, wir gehen lieber nach unten Oder so Oh, da ist die, da ist die, da ist die Nein, das ist ein Nocturne Du bist so dumm Da ist die Ja, da ist die, ich hab's ja gesagt, dass die da ist Ich hab die gesehen Ja, die war aber da nicht Dann da durch, jawohl, kassiert zwar einen Top Nein, ich bin klein Mir passiert immer nichts Alter, das ist doch behindert, nur weil ich Blitzcrank hab, krieg ich jetzt einen Power Shot Warum? Sehr großzügig Baylife Ich hätt den auch noch killen können Ja, du bist Supporter, Mann Von dir erwartet keiner, dass du die killst Das ist aber schon nice, wenn ich Kills hab Ja, genauso als wettest du Blue Buffer Ja, das ist genauso OP Deswegen geh ich auch gleich direkt mal auf Rabadons Klar Aber eben wie ich Korki da ungebürstet hab, ne? War das, Tarek? Einfach AP Carry Burst Grab, Grab Siehst du, wie gut ich supporten kann Wow, hätte ich nicht grab gesagt, hättest du nicht gegrabt Doch, ich wollte graben, aber ich hab nur gewahrt Oh, 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 Baylife Ich komme Baylife Ja, loll, alter, der nimmt die auseinander, alter, der hat 11-0 Ich bissl dich Er hat Stundenglas Ich muss jetzt Es ist 8. Hauptsache mehr als der Supporter. So nach dem Scheiß holen wir uns Stundenglas. Wir holen uns jetzt erstmal Rüstung. Wegen dem Corki und Oriana Auto jetzt machen wir auch ein bisschen. Nocturne auch und Ranka auch. Ich hab Orianas Ultima in Hourglass gedodged. Bist ja ein richtig besser Finger du. Ich hätte jetzt noch einen Lux. Nein, ich rank jetzt 3 1 8 Cent schon. Schwer dich mal nicht. Hm? Mit Lux war ich gestern Rank Mitte und hatte am Ende 3 1 18. 18, ja. Du bist Lux, Alter. Kein Kipp. Nee, es ist ja eigentlich gar nicht so schlimm und ich hätte gerne schon die Kills, ne? Gerade im Let's Play das, um das zu zeigen, was ne? Pass auf, pass auf. Oh, Alter, was war das denn, Alter? Ich hab doch gesagt, pass auf. Da ist doch ein Ward drin, die sehen mich doch eh. Ich weiß schon nicht. Bei denen hier in Red Steel? Ja, wenn er da wäre. Der ist gar nicht mehr da. Tarek! Da ist ein Dingens. Kämpfe, wie ein Mann. Ja, ich weiß. Guck ihn! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ja. Who's that bitch? Who's that bitch? Ja, tschüss! Oh, Alter. Oh, ich will da einen grabben. Bleistuch. Warte, ich stell mich einfach so halb behindert so... Ja, jetzt hab ich's grad. So, jetzt sehen die mich nicht. Ja! 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 Grap! Boah! Nein, die ist nach hinten gelaufen, das hätte nicht gelohnt. Ward doch mal rüber. Echt? Was hat der jetzt nicht gerafft, dass ich da oben geworden hab, ne? Grab, grab! Bulky! Ich bin gestorben, jetzt bin ich aber zwei Assists Minimum. Ja, hast du ja schon. Für euch lege ich die Latte extra niedriger. Die Latte extra niedriger. Die Latte extra niedriger. Und GG! Mit nichts. So, auf jeden Fall. GG! Ich hab mir jetzt noch ein Stundenglas geholt. Ähm... Eine Rabadons... Ein... Vampirisches... Äh, ne. Ein wie heißt's? Brrrr. Ein Höllenzepter ist nice mit kennen. Ein... Leeren Stab wär auch nicht schlecht. Und... Wille der Walton kann man sich auch holen. Ähm... Ja, das war's. Wir sehen uns das nächste Mal. Hau rein! Ciao! Ciao! Tschüss! W-W-W-W-W-W-W-W900-Wasn! W-W-W-W-W-W-W-W %0! W-W-W-Wieˇs W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W ini Rotkerdates! Vielen Dank.